Was glaub ihr ganz schön hier? Willkommen zu einer GTA-Challenge. Hallo. Heute im Autogolf. Ihr kennt den Spaß. Wir sind zu dritt heute mit Christian und Jonathan. Die Strafschläge kommen. Und das verzählen. Das geht ja gar nicht. Also wir müssen ja ins Wasser. Ja. Ja, am Ende, aber nicht dazwischen. Ja, dazwischen gibt es ja kein Wasser. Ja, ey, wir gehen durch, wir gehen erstmal durch, durch Weinfurt. Ja, dann heißt das, alles voll mit Pools. Ja. Ich habe auf jeden Fall diesmal schön Stift und Zettel für eine Strichliste. Und dann hier ist das Ziel. Dieses Viereck, inklusive dieser Mittellinie, irgendwo hier in das Wasser rein. Wer hier dann was hat, kommt an. So. Und wie immer, wir versuchen, wer am weitesten entfernt ist, trifft, schlägt. Und wer stirbt, der ist für ein Strafschlag. Und zwölf ist maximal. Ja, fang mal an. Ich fang mal an. Alles klar. So. Ein kurzer hier ausrichten, immer ganz wichtig natürlich. So ungefähr grob in, da kann dieser Baum mal weggehen. Ich habe jetzt meinen Klicker geholt. Der Klicker. Ah, so. Ab dafür. Das meistgehasste Ding im ganzen Golfsport. Hui. Okay, geil. Höh? Haha, Bram, Alter, wo bist du denn? Loll. Was hat denn der gemacht? Gibt das einen Strafschlag? Habt ihr Player-Blips? Wow, ja, natürlich. Ja, denn es ist denn, denn es ist ... Was ist denn passiert? Bram hat direkt einen Strafschlag. I love it. I love it. Oh, warte mal. Ich stehe noch gegen dich. Ich sehe gar nicht, wo ich stehe. Ja, alles gut. Ja, ich zünde einfach. Ich denke mal, wir fangen immer alle am Anfang an, ne? Wir fangen alle am Anfang an. Ja. Okay. Nein, nein, ich wollte erst springen. Warum bist du denn hier direkt geboostet? Ja, ich wollte erst springen. Ich habe mich ... Nein, das sieht aber gut aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sieht doch super aus. Ich hoffe, dem Jungen nichts mehr ist da ... Ey, am Strafschlag. Wo bist du rein? Im Pool. Habe ich gesagt. Mit Ansage. Mit fucking Ansage, dass ich mir einen Strafschlag hole, ey. So eine Rotze. Ich weiß gar nicht, ob ich da durch diese ganzen ... Das ist jetzt nur am Arsch, Alter, ey. Mann. Ist das alles bad, ey. Wobei, da hinten ist der Golfplatz. Da sind ja auch noch die Seen und so. Ne, lass mal. Also ich stelle mich jetzt daneben, ja? Ja, habe ich jetzt auch weitergemacht, neben dem Pool. So, pass auf. Äh, die Richtung ... Ne, ein bisschen links rum, weil da sind ja die ganzen hohen Gebäude. Also du sagst erst hopp und dann top. Oh mein Gott. Nicht nach unten. Jetzt Wasser. Warum fällst du denn nach unten? Also Schwerkraft und so, aber wow. Oh, da ist er hängen geblieben. Ey, du bist aber kein Strafschlag. Ne, ich stehe auf einem Dach und ich darf ja jetzt so mich wieder hier umdrehen, ne? Ja, theoretisch. Aber ich glaube, Bram ist jetzt dran, ne? Ich bin dran. Schlag Nummer drei. Ich muss aber auf jeden Fall springen, weil vor und hinter mir ist ein Zaun. So auch über dem Auto. So, ich habe mich jetzt relativ nah einfach neben das Wasser gestellt, ne? Oder gibt es da irgendwelche Regeln, auf welches Seite ich da muss oder so? Ne, ja, natürlich gibt es da Regeln, aber die Regeln ist scheißegal. Die Regeln sagt, dass du ins neuerlichen See starten musst. Eigentlich musst du da starten, wo du ins Wasser rein bist, aber das war scheißegal. Ja, das bin ich ungefähr. Cool, alles klar. So, da wollte ich es nicht bauen. Da kann jetzt nicht zu schwer sein. Ne? Also, heißt wir ... Ja. Nicht in Pool, nicht in Pool, nicht in Pool, nicht in Pool, nicht in Pool. Aber das ist ein Pool. Drüber, drüber, drüber. Jawoll, so ist okay. Schön drüber, überall drüber, überall drüber. Ey, wie lange fließt du denn? Okay, das war eigentlich ganz gut, bin zufrieden. Ich hätte aber das nicht mal passieren können. Hm. So. Dann, äh, ist, äh, Christian. Schlag Nummer zwei. Ja, nochmal konzentriert. Hier, Ruhe. Ne, sorry. Ruhe. Da fliegt er. Der geht bei mir direkt nach unten mit der Nase. Das ist doch kacke. Was war jetzt? Spring, E oder X? E. E ist springen, okay. Ich liege auf dem Dach. Mega. Ja, aber ist doch schon okay. Ja. So. Jetzt häng ich halt hier ... Fucking shit. Vor mir ist ein Baum. Kann ich da durch? Durch den Baum? Ja, gar kein Problem. Klar. Ich mach das nicht. Nee, nee. Easy, Jonathan. Ich mach das. Ewa, scheiße. Ewa springen. Ja, okay, pass auf. Ich spring jetzt. Und zack. Und hui. Huiii. Wir haben ganz kurz die Jieten gesehen. Du bist auch direkt nach unten geballert, weißt du? Das ist doch kacke. Das ist nicht so geil gewesen, aber besser als Pool. Okay. Das war auch dein dritter, wa? Ja, das war mein dritter. Dann ist einer von euch dran. Ich bin gerade am überlegen, ob ich ... Ich muss ja direkt, wenn ich vor einer Wand stehe, muss ich ja eigentlich direkt vor der Wand stehen. Das ist kacke. Deswegen bin ich am überlegen, in die gleiche Richtung zu schlagen wie Jonathan. Da hab ich ja sogar eine Rampe. Aber ich kann im Sprung kann man nicht ... Also im Flug kann man nicht springen, ne? Nee, ich glaub nicht. Nee, das ist kacke. Nur bei Bodenkontakt. Ja, das ist kacke. Dann ... Aber ich muss trotzdem, glaub ich, in die Richtung von Jonathan. Weil wenn ich hier springe, hau ich gegen die Dachrinne. Hast du meinen einen Free-Schlag? Ja ... Ja, ey. Oh, oh. Steh mal. Alter, hier ist ein kleiner ... Ach, nicht Jack Russell. Scheiße, wie heißt die denn? Oh, Max. Ich hau auf jeden Fall gegen die ... Oh, Mann. Ich hau auf jeden Fall gegen die Dachrinne, wenn ich springe. Das heißt, ich kann nicht ... Du musst springen und dann ... Instant drücken oder so. Vor der Dachrinne. Nee, du ... Okay. Du kannst ja ... Ja, du boosten kannst ja immer. Nein! Das war der Free-Schlag. Das war Nummer 3. Dann mega, hab ich ja nochmal dran. Das ist mal schlecht im Golf, wenn du zweimal dran bist. Geil, jetzt kann ich nicht springen, weil es ist über mir ein Baum. Hm. Egal, da kommt man durch. Oh, da fliegt der, fliegt der. Da fliegt der durch. Komm da rüber. Oh, da auch rüber. Nee, das wollte er dann nicht. Ey, in die Gebäude reinzuschlagen war kacke. Außenrum ist the way, glaube ich. Ich, Bram, oder du? Okay. Mach ruhig. Glaub ich, auf die drei Meter ist das jetzt nicht so schlimm. Zu ausgerichtet bin ich. E, X. Nein! Ey, du hast dich nicht bewegt. Doch, er hat sich offenbar da einmal gedreht im Kreis. Ey, ich bin in einem scheiß Baum oder Stromast hängen geblieben. Verfickte Scheiße. Mann. Dann bist du Schlag 5, richtig? Ja. Ja. Bleibt der da jetzt? Scheiße drauf, ich geh da jetzt einfach nochmal durch. Soll ich nochmal? Ja. Komm. Jaaaa! Nein! Ohhhh! Warte, entdeckst du immer alle Gefühle hier. Okay. Ja, er ist geflogen. Ist das eine Straße? Das ist eine Straße, oder? Das wird gut. Ich bin vorm Golfplatz. So, Nummer 4. Ich will einfach die Long Road, glaube ich, hier runter. Ich glaube, das ist sinnvoll. Also stellen wir uns so hin. Scheiße, ich glaube, ich habe mich verzählt. Du hast jetzt vier. Den vierten hast du gerade. Ja, ich habe mich verzählt. Ich habe jetzt auch meinen vierten. Ja, ja. Okay, wir springen und dann boosten wir. Na, gut, okay. Zwischendurch habe ich noch ein Maschinengewehr geschossen und drauf geschossen. Oh, weiter! obwohl einfach darunter wir wollen ja wohl schön 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 rolle 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 kohle da kommt jetzt mal fünf da und er wird nicht alles weit sein weil da vorne steht direkt raus aber ich habe zwölf schläge schaffen so zwölf ich habe er schon 17 schläge glaube ich gehabt und jetzt hier oben drauf ja hier oben drauf liegen ja das ist das beim golf auch so dass wenn du weiter weg bis zweimal hintereinander schlagen muss klar das ist ja scheiße wenn du zweimal hintereinander dran bist du bist leider nicht weiter gekommen als die anderen mit einem speziell ist er gelandet stop stehen bleiben stehen ja ich stehe vor michael's pool glaube ich das ist gut gelaufen tatsächlich aber guter schlacht ist nicht geil so ne ich glaube viel anderes kann in dem magen aussah eh und lol ich bin wohl am busch hängen geblieben beim hochspringen krieg ich wohl noch mal einen schlag ne das ist nummer sieben jetzt bleibe ich wieder ich habe einen menschen platt gemacht ja das ist doch scheiße ich habe genau gehört wie jv gerufen hat all right ist doch scheiße ist jetzt über die morgen sieben über die menschen nein der schornstein hat gesagt nope und ich liege im pool in der menschen wahrscheinlich das ist aber auch hier ein gekräpel ach das war schön schlag nummer 8 schlag nummer 8 schlag nummer wo muss ich eigentlich hin fällt mir gerade auf du kannst ja markieren offenbar da da unten ja ja habe ich aber ich muss ja trotzdem mal gucken ok weh du bleibst wieder hängen das ist noch mann das ist ein witz wie der einfach immer an den scheiß bäumen da hängen an dem busch hängen bleibt das ist noch richtig weit und wenn ich mir das so angucke der kürzeste weg führt durch die schluchten der hohen gebäude da wie ich nicht lagen also mache ich neun jahr ich sehe auf dem radar nur wieder nach norden liegt der ist abgeprallt glaube ich irgendwo jona da bist du noch da jay das ist ein das ist so ein psychosport du musst jetzt die mentale reißung mitbringen zu sagen der nächste schlag wird geil das spiel ist super mentale scheiße ist das alles ja ok schlag nummer 10 gar kein problem hier zack ich weiß was ich ich jitte einfach schon vor ich hab mich verdrückt das ist doch passiert im lichter wenn ich jetzt noch in michael's pool lande ich bin schon wieder in nem fucking busch was soll ich denn hier machen hier kann ich nicht schlagen im pool? ne ich bin in nem busch zwischen nem busch und busch ich muss ein Stück zur seite setzen ich muss ein Stück zur seite setzen wenn du den ball als im spielballer kehrst dann gibts nen strafschlag keine ahnung ich muss eine halbe autolänge weg vom busch sonst häng ich in nem anderen busch es ist alles vorbei alles ist vorbei okay schlag nummer fucking 11 gar kein problem wir füllen zu mann wieso bleibt der denn jedes mal in nem fucking busch hängen das ist aber belastend weil ich stehha auch vor so nem busch Das darf nicht wahr sein Alter diese فurenbüsche ne ich komm like nur mal 12 mach einfach ne ja 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 nur nicht verdrücken foic mich ja Pcht Was? Was? Das ist ein Witz. Ich sehe immer, wie er startet und da nicht vorgekommen. Du siehst immer, wenn ein Auto so anläuft, dann dreht sich das einfach im Kreis. Spaule, einfach ein neues Auto, das hilft manchmal. Einfach Momentum Breaker nennen wir das. Mann, weil ich Schalke Blau bin, ey. Ja, nimm ein anderes. Ja, ich brauche Schwarz-Gelb. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Alternative ist. Das ist ein Witz hier. So, hier kommt 13. Aber ich mache mir jetzt wieder hinsetzen. Jetzt hänge ich gleich in der Welt drin. So, zack, F12. Mann, das ist ja scheiße. Das ist so nervig, ne? So, hier, zack. Oh, wui! Das ist so ein schlechter Scherz. Schlechtst du gegen den Wind? Du schlägst gerade aus, außer weil das Ausschnitt ist geschlagen. Ich sehe den noch. Ich weiß, woran es liegt. Ich sehe nicht, wo ich hinschieße. Ah! Boah, ist ganz schön hell geworden. Ja. Daran liegt's. Das ist ein Witz. Okay, ich schlache jetzt einfach. Ich habe keinen Bock mehr. 14. Jo. Ja. Er hat sich schon wieder so komisch gedreht. Weil ich überall hängen bleibe! Dieser Scheiße. Mann, hier war ich schon vor 20 Schlägen gefühlt. 15. Müsste ich den jetzt nicht sehen? Alter, ich raste aus. Ich werde überall an jedem fucking Busch hängen. 16. Jetzt müsste ich ihn gleich sehen. Da ist er! Run! Ja, okay. Bisschen Gegner daraus geballert. 17. Komm zu mir. Hier ist der Golfplatz. Hier ist viel Platz. So, endlich. Boah, du musst sogar da... So, jetzt bin ich nicht mehr dran. Ich glaube, ich bin jetzt bei 17 Schlägen. Ist das korrekt? Ja, habe ich auch nicht. Haben Sie richtig gezählt? Okay. Alter. Manchmal wurde auch einfach ärgerlich gedrückt. Das kann nicht sein, Alter. Ich habe dafür, für die Runde, um da hinzukommen, habe ich, keine Ahnung, sieben Schläge gebraucht oder so. Ja, manchmal ist das unwegsames Gelände. Ich mache jetzt den 5. Ich mache jetzt den 5. Ja, der Schummelschwanz da, ja. Wie, der Schummelschwanz ist so ein ewig. Da kann ich auch nichts führen. Ja, und los. Oh, ganz smooth. Mensch, yay. Das war fast gut. Sehr gut. Geil. Dann mache ich mal die 10. Auf geht es. Mhm. Geil, ich bin auch unten gestartet. Ja. Das war da nix. Dann bin ich wieder ran, wa? Mich schiebt ein Bus. In die richtige Richtung ist doch gut, oder? Das weiß ich noch nicht. Wie lang will ich denn? Das kann ich mich nicht ausrichten. Ich glaube, ich will bis da hin. Also stellen wir uns so hin. Also das ist halt kacke, wenn du halt springst und dann zeigt dein Auto einen Sprung schon nach unten. Ja, mega. Hab ich noch mal irgendwo gesehen. Ich glaube, ich glaube, es ist alles ewig. Ich glaube, es ist alles ewig. Ich glaube, es ist ein Stückchen noch. Ein Stückchen noch. Wie excited er ist. Ja? Ey, nur weil das jetzt gerade lief, als das nicht sofort der nächste Haus kommen kann. Ich glaube, es ist ein Stückchen. Ich glaube, es ist ein Stückchen. Ich glaube, es ist ein Stückchen. Ja. Ja, du bist stehen geblieben. Na, war Schlag 18. Ja, ich bin stehen geblieben. Also. Bin nicht in einem Busch. Ich bin irgendwo in der Nähe von einem Busch. Ich bin nicht in der Nähe vom Wasser. Also. Ich stehe in einem Busch, aber meine Nase zeigt schon da unten. Das ist eigentlich schon kacke. Egal. Äh, springen und dann yeeten, oder? Dann würde ich mal sagen. Hopp und. Ja, boah. Geiser. Oh. Hm. Ja. Ich bin über den Zaun rüber. Immerhin. Hm. Ja, Moment. Ich muss kurz den Wind abwarten. Beziehungsweise die fetten LKWs, die genau vor mich fahren. Hey, die weh. Da kommt der angeheetet. Das ist zu weit. Nee. Hey, noch ein Stück. Eine Kreuze muss sogar noch weiter. Oh. Egal. Mhm. Er hat gesagt, ich bin das Wort Gottes. Da bin ich dran, ne? Ameno. So. Ich möchte dann da gegenspringen. Und go. Jetzt genau dagegen. Genau gegen das Haus da. Genau gegen das blaue Haus. Jawoll. Kann man sich nur, wie kann man sich nur so ablacken? Verstehe halt nicht, weißt du, wenn du halt... Ja, ich bin dir weiter weg als ich. Wenn du erst springst und dann boostest, geht halt immer direkt die Nase da unten. Aber ich, ich muss springen. Also, anders komme ich hier aus der Nummer nicht raus. Das ist doch blöd. Okay, ich hoffe einfach, dass ich über der Gym springe. Weiß, ich bin gegen die Ampel gehauen. Ey, cool. Siehst du wie ich? Ich weiß, du bist in die bessere Richtung. Ja, weil ich dreimal abgeprallt bin und ach so, ich habe echt Glück gehabt. Jetzt stehe ich leider in so einem Innenhof. Cool. Da steht man doch gerne. Scheiße. Das ist alles weg. Alter, ich merke gerade, mein Zähler geht nur bis zwölf. Weiter geht nicht. Ja, okay. Dann fange ich ja wieder bei eins an. Ja, 13, ne? Ja. Ja, aber ich... Wo soll ich denn jetzt hin, Alter? Ich habe keine Ahnung. Hau Bram weg. Ja, nee. So weit komme ich gar nicht. Da ist noch ein ganzes Hochhaus zwischen. Ja, springst du drüber. Warte mal, ist hier eine Straße? Boah, hier zwischen kann man durch. Und dann... Ach, keine Ahnung. Äh, nee, ich will dich nicht platt fahren, Hund. Hau mal ab. Okay, vor mich hat... Erdelterrier. Nee, nicht Erdelterrier. Scheiße, wie heißen diese weißen Viecher nochmal? West Highland. Ah, oh mein Gott. Vor mir sitzt ein Husky jetzt. Der hat sich da hingesetzt. Genau vor meinem Auto. Ja. Das ist nur ein virtueller Virus. Den kannst du platt machen. Alles klar. Ich habe ihn erschossen. Ha, 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 ha. So. Oh, jetzt sind wir richtig gut wieder. Bäm. Aha. Ja. Äh, ja. So. Äh, Schlag 8. Wir machen es. Und ich will hier die Long Road lang. Das sieht gleich ganz gut aus, oder? 3, 2, 1. Waller. Ich habe irgendwo hängen. Lackt noch einmal irgendwie da durch. Nicht durch. Äh, wenn du auf der Straße bist, dann ist es glaube ich. Weiter, 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 weiter. Oh, genau vor der Ampel halten. Oh, okay. Es ist alles weg. Leider, dass ich meinen Fortschritt so runterziehe. Äh, soll ich oder Chris? Willst du? Das ist mir völlig egal. Äh, komm, ich will auch mal wieder. Okay. So, hier rum. Machen wir E und dann X. Du kannst ja jetzt auch die Straße langen. Ich war aber nicht die Straße, ich fliege lieber. Oh, nein. Du bist jetzt aber nahe dran. Pah! Was ist das denn? Ihr wild. Ah, wilder Park hier. Ja, das war jetzt mein 19. Schlag. Ah, nice. War kein Problem, Jeff. Pass auf. Ja, wenn ich jetzt das umsetze... Komm da rüber. Er kommt nicht da rüber. Er muss mal hängen, oder? Ja, schade. Okay, bleibt er doch. Ja, sammeln mal ein bisschen. Ja, werde ich. Oh, der ist... Er war jetzt der 15., ne? War, glaube ich, noch einer. Habe ich einen verpasst? Ich habe einen verpasst. Ich habe auch 15. Ich habe jetzt 12 plus 4. 16. Ja, ja, ja. Richtig, richtig. Tja, ich stehe in so einem... Wie heißt denn das noch? Wo man so sein Parkgeld bezahlt? Ja. Parkplatz. So, das ist voll scheiße. Weil du entweder wirst jetzt... Also entweder macht das gar nichts und dann ist okay. Oder geht dich so leicht weg. Bin rausgepackt. Kann man die Dinger umfahren? Ja, die gehen kaputt. Okay, dann ist ja gut. Dann kann ich ja einfach... Aber die können dich halt... Aber die können dich halt umlenken. Ich weiß nicht, ob da wieder besser durch die Butter geht, ne? Das ist eher so eine gefrorene Butter. Das machen die ja nicht. Ansonsten muss ich nämlich gegen den Wasserturm springen. Da habe ich ja gar keine Lust zu gerade. Hier sind noch viel zu viele Autos. Ein bisschen weiter links. Okay, Gas und dann springen. Du musst über dein Auto springen, was da steht. Komm, das kann nicht so schwer sein. Ich muss mal ein bisschen nach links. Also Christian, ich kann mir eigentlich nur helfen, wenn er mich bewegt. Ja, okay. Du hast die Ampel von mir mitgenommen. Dankeschön. Was? Wo stehst du denn? Ich stehe drei Meter vor dir. Achso. An der Kreuzung. Mit den Autos. Deswegen stehen die Autos da die ganze Zeit, weil ich auf der Straße stehe. Achso, ja, ist okay. Okay, dann bin ich dran, ja? Ja, 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 mach mal. Ach komm, irgendwie, der muss doch jetzt mal zurückgehen nach Richtung Golfplatz. Ne, der steht hier auf einer vierspurigen Straße, Jay. Ja, dann soll der halt gegen Zeppelin fliegen. Ist mir egal. Ich würde sagen, ich mache einfach den. Ich will da vorne hin. Gegen das Haus springen. Und go. Und hopp. Da wollen wir gegenspringen. Komm schon, irgendwo hier hängen bleiben. Ja. Ist okay. Ist das enttäuschend. Sorry. Okay, dann bin ich, glaube ich, dran. Ja, guck mal, ich werde so, es wird niemals funktionieren, was ich jetzt mache, ne? Hm, vielleicht sehe ich dich, ja. Also ich hänge, ich hänge, ich sag mal so, mein Unterboden ist aufgebockt auf der Ecke eines Daches. Ah ja. Ich werde jetzt, wenn ich E drücke, auf jeden Fall nach rechts oben jeaten gegen irgendwas und da muss ich schnell genug E drücken. Okay. Kann ich eh drücken. Ja, weil du wahrscheinlich nicht, weil du wahrscheinlich hier oben stehst. Weil ich keinen Bodenkontakt habe? Ja. Okay, was mache ich denn dann jetzt? Also ich hänge halt mit zwei Reifen. Also muss ich X drücken? Okay, ich drücke mal X. Ja. Okay, das funktioniert. Ja, wow! Ach, fuck you, Spiel! Ja, okay, ich scheiße auf mein E. Und dann war das mein 20. So, 21 jetzt. Komm. Schaffe ich das, da rüber zu springen? Ja, bestimmt, oder? Ja, bestimmt. Nein! Ich sehe dich. Nein! Ich habe mich kurz in dieses Haus reinhitten. Natürlich nicht. Du bist durch? Ich bin hier wieder in so einem scheiß Zwischenraum. Ich bin durch. Ja, ich bin durch mit den Nerven. Ja, stimmt. Du bist immer noch, oh mein Gott. Achso. Okay, komm. Du musst X machen, oder? Ich habe keine Chance. Das ist jetzt schlecht alles. Okay. Das war mein, glaube ich, 22. Schlag jetzt. Bin ich immer noch am weitesten weg, ja, ne? Okay, komm. Jetzt zack. Ich fürchte ja. Aber ich mache jetzt den Monster-Stunt. X. Aber da über die Straße könnte es noch zukommen. Ja, fuck! Ich habe mich irgendwie angespuckt. Oh mein Gott, du hast auch gesehen. Könntest du das für die aussehen, Christian? Nee, ich gucke nur auf die Karte. Das ist alles so bad. Das ist einfach so down bad alles, ey. Ja, komm. Next. Glaube ich bin... Oh, bin ich wieder... Nee, Christian ist weiter. Ist schon okay. Ich warte nur kurz, bis die Autos hier einmal vorbeigefahren sind. Alter, das ist alles pain! So. Hau ab da mit deinem Elbandi-Auto und los. Geh die Post. Jawohl. Komm, fall nach rechts. Huda Bounce! Ich stehe auf der Brücke, willst du mich verarschen? Das kann nicht wahr sein! Nein, ich stehe auf der Brücke, ich hänge auf dem Geländer! Das ist doch wohl ein Witz! Ich würde sagen, du bist auf jeden Fall näher dran als wir, deswegen dürfen wir anderen erstmal. Ja, das ist ja super! Ich hänge auf dem Geländer! Ja, aber vielleicht sköp' ich dich ja sofort oder so. Ich weiß gar nicht, was dann passiert. Ja, wenn du dann reinfliegst, ist das doch gut. Was passiert, wenn mein Ball auf dem Grün liegt und von nicht Grün jemand meinen Ball reinmacht? Nee, ich wollte ruhig jetzt hier zurücklegen. Ja, mach! Okay, so 10. So, komm, das kann jetzt nicht so schwer sein eigentlich hier, oder? Springen und jieten. Oh, Brücke! Hallo! Drin! Das darf nicht wahr sein, wie kann man da einfach so rein? Ich weiß nicht, mach das Metall fertig. So, hier, zack! Läuft, das ist da kein... Wo ist denn... Wo will der denn hin? Als heißt, bin ich vor so einem Haus hängen geblieben. Ich will nicht mehr. Kann nicht mehr. Das ist alles nicht mehr aus. Okay, okay, wie mach ich das jetzt? Wie mach ich... Wie soll ich denn hier jetzt da irgendwo hin? Das ist unmöglich. Okay. Ja, wir müssen nach oben jieten. Und dann hoffen, dass ich da nicht irgendwo per Bande hänge. Ah! Jetzt hänge ich doch schlimmer fest! Mann! Mach ich denn hier jetzt? Okay, 25. Schlag, glaube ich, jetzt oder so weit. Keine Ahnung. Eh! Ja, f*** dich doch einfach, Spiel. Oh, 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 der war gut! Wo ist er denn? Warum geht der Wind denn jetzt in die... Ne, was? Was passiert hier? Lande ich jetzt oder wo lande ich? Weh, der landet. Alter. Was ist der denn? Da kommt er aufgeknallt. Er ist... Naja, technisch gesehen ist Jay weiter weg als du, Christian, würde ich sagen. Aber Jay ist auch rasch oben. So, 26, ich bin durch. Kein Bock mehr. Warte, nee, was ist da? 27 Schläge. Alter! 27 fucking Schläge! Ich hab nur 26 für dich gezählt. Ja, keine Ahnung. Ich hab irgendwann einmal getilgt die Striche gezogen, glaube ich. Christian, du darfst noch. Ja, okay. Ich hoffe einfach, dass das jetzt mit einmal springen getan ist. Du darfst ja noch drehen. Ja, aber dann stehe ich nicht mehr auf dem Geländer. Ja, aber ist ja nicht so schlimm. Nee, aber dann stehe ich auch nicht schräg. Dann müsste ich springen und boosten. Alter, stell dich schräg. Stell dich hier so schräg. Stell dich so schräg. Dann landest du vielleicht im Wasser. Aber wenn ich so einfach springe, müsste ich doch auch im Wasser landen, oder nicht? Vielleicht? Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Vielleicht. Okay, vielleicht schafft er. Ja, vielleicht doch schon. Ganz einfache 19 Schläge. Okay. Boah, ist das alles Pain. So, vom Casino. Okay, jetzt sind da wenigst keine Hurenhäuserbuchten und Swimmingpools und Büsche mehr im Weg. Das kann jetzt gar nicht mehr so schlecht werden. Guck mal. So, Benkel zur Rangspinne jetzt. Kann ja nicht schlechter werden. Okay, so, Loch zwei. Wir starten hier auf dem Casino-Helikopterdach. Und das Ziel ist, der Endenkopf hier hinten irgendwo hier das Wasser berühren. Ja, als Wasser rein da, ne? Jetzt die Frage. Ach, der Berg. Der Berg ist gut. Der Berg wird gut zu mir sein. So, ich werde genau dahin liegen. Und. Ne, das geht nicht. Und hier oben auf dem Helikopterding darf man sich innerhalb dieses Kreises bewegen, wie man möchte, wa? Ja, ja. Nicht extrem fast, bitte. Okay, weil das Gelinder ist halt richtig hart scheiße im Weg. So ist es besser. So machen wir das jetzt. Mit dieser Lampe da. Ich bin jetzt einfach runtergefeiert. Huch. Okay, go. Ins Wasser. Was ist das für Wasser? Ach, das ist das für Wasser. Nein, Mann, der lag sich da auch noch drüber, ey. Er lag sich drüber. Ich habe richtig Skill bewiesen, ey. Ja, deine Mutter hat Skill bewiesen, ey. Okay. Eins. Ich glaube, der Berg wird einem sehr helfen. Also, ich gucke tatsächlich nur ein bisschen weiter nach rechts. Einfach, um über diese scheiß Bahn hier zu kommen. Oh, warte mal. Ich habe da so ein Déjà-vu. Déjà-vu. Warte, ich muss mal kurz gucken fliegen. Irgendwo war hier Wasser. Ach, da habe ich schon mal dran gelegen. Ah, nee, das ist so weit rechts, da komme ich gar nicht hin. Auf gar keinen Fall. Das wird niemals passieren. Quatsch, das ist hinter uns. Ja, ja. Ey, wer wird denn da hinten fliegen bei so weit? Habe ich noch nie erlebt. Das ist doch okay. Ich habe eine Bahnbegehung gemacht. Ich gehe ein bisschen weiter nach rechts. Ja, ja. Ich hoffe einfach, dass man hier direkt über die Bahn kommt, weil ich will nicht vor so einem scheiß Ding da liegen bleiben. Äh, ich kann ja nach hinten, ne? So. Ja. Pass auf. Ich hoffe einfach nur über die Palme zu kommen. Schlag Nummer eins. Hup! Okay, Hup hat er nicht mehr gemacht. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Oh mein Gott. Was ist denn da drüber? Ja. Ach so, klar. Hup, das war okay. Also ich kann dir sagen, wenn du Anlauf nimmst und dann drückst und dann springen willst, Jay, das funktioniert nicht. Mhm. Wird einfach E drücken und X. Oh, das fand ich sehr gefährlich. Wenn die Nase nach unten geht, landest du im Wasser. Ja, pass auf, ich sag, dass du ja gehst. Okay. Bitte nicht. Bitte nicht. Du musst in Wasser gerannt, Jay. Oh, scheiße. Das war, glaube ich, das Wasser an, dass du wolltest, wo ich reinfliege, oder? Ich frag nur für einen Freund. Scheiße, Alter. Oh Gott, das ist so dumm alles. Oh mein Gott. Und damit steht Jay neben mir. Hey, was geht ab? Mann! Das ist alles für den Arsch! Es ist unglaublich! Oh, drei Schläge jetzt hier, weiter ihr Fotzen. Okay. Ähm, Alter, ich bin sauer. Also ich hoffe nicht, dass ich über den Berg komme, weil dahinter ist, glaube ich, ein See. Äh, deswegen starten wir mal so. Auf geht's. Schlag Nummer zwei. Das kann nicht passieren. Das war okay. Jetzt bitte stehen bleiben und nicht runter. Ja, guck. Stopp! Ja. Ja, okay. Christian auch zufrieden? Ja. Sehr. Sehr gut. So, ich möchte da jetzt einfach zwischen den beiden Bäumen durch. Immer darüber. Haupt. Springen. Super. Ja, ein bisschen nach oben noch ist okay. War eigentlich nicht mehr egal. Ja, roll nach unten. Ja, ist auch okay. Ich wollte nur an den ganzen Bäumen vorbei. Wunderbar. Wie bleibt der stehen? Mein Gott, der hasst mir gegenüber. Ich habe dir doch gar nichts getan. Ich kann auch da nichts tun, dass du da an deinem Wasser gefallen bist. Äh, ich glaube, ich bin der weisesten weg, ne? Ja, mach mal, du nach Hause. Easy vierten Schlag. Fünften haue ich direkt hinten dran wahrscheinlich. Sieht so gut aus. Man sieht aber richtig nach oben. Schön. Kannst mich nicht, kannst mich nicht wieder aufmuntern, Bram. Ist alles durch. Ist alles weg. Nö. Ja, 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 ich bin durch. Ja, okay. Dann Nummer drei. Ich würde einfach mal nicht springen erst mal. theoretisch kann ich nur springen brauche ich aber gar nicht bin ich springen muss ich springen okay dann muss auch kein gas geben ach so ja ja aber ich glaube wenn ich jetzt bin habe ich angst den berg runter zu jieten also die juli dann bin ich schon möchte so jetzt werden wir weiter 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 okay ach du scheiße ist da hinten ist eine fette pipeline nummer auf film wo viel weiter hinten ist hat so ein bergwerk zeug ich spiel hat mal für uns aus ich weiß was du mal weil du fliegst unter der pipeline durch oh mein gott das ist ein witz ich rolle weiter ich rolle weiter ich rolle immer weiter warum gehe ich jetzt nach ganz unten unter was ich glaube ich richte mich mal mehr so richtung berg aus also ich bewege mich noch es ist auch noch nicht sicher wo es sich hin bewegen möchte dieses auto okay ich bewege mich nicht mehr okay ich hab also versuch mal über die ich bin ich bin maximal gebrochen also wirklich als habe ich noch nicht erlebt als wo als ja ich bin ich springen das war nummer vier jetzt vorher pipeline dann bin ich auch ja ja ich muss ich denn also müssen wir da echt wo ist das dieses diese tage wurscht das nehme ich da rein will okay wir landen auf der autobahn aha schlimmeres ja zum beispiel unter der pipeline hängen in einem scheiß Stacheldrahtzaun kommt jetzt Nummer 5 wir springen jetzt einfach ohne zu springen über die Pipeline Leute pass auf ich spring doch boah ist das hoch das sind die Windräder sind das ja bin ein bisschen auf dem Gesicht gelandet aber war super okay keiner wie hier rauskommen soll vor allem liege ich jetzt so erhöht das richtig gut was passiert hier so ich will ich will nach links mich ausrichten spiel auch darf ich das nicht du bist doch auch hier hier diese unsichtbar du kannst doch machen was du willst oder nicht ja aber nee ich habe ja so Probleme sag ich mal okay wenn das nicht will dann halt nicht letzte Chance okay okay ja dann halt nicht dann fuck you dann hier 7 zack x nein du bist auch auf der Pipeline du bist gerade zwischen den Rohren bei mir versunken ja ach so no shit Sherlock wie soll ich hier rauskommen das ist ja unmöglich bewegen okay pass ich hier durch niemals okay schlag Nummer 8 ja kein Problem e x so raus da aus dieser Pipeline tschüss ich gehe in die andere Richtung ja kann manchmal auch smart sein wie weit du fliegst alter manchmal ist das smart so 9 dieses warum landet der direkt auf dem roten ohne inch okay 10 aha guck mal warum gleich steht er wieder bei dir ja du da hey wer ich mal nicht nochmal gesprungen scheiße ja okay na egal na war sehr gut das war das ist dran das ist Leistung ich würde mal sagen ich mach einfach mach mal so dann spring schießen einmal darüber chill ist okay haha das hast du mir aber gegeben Jonathan jetzt weiß ich wie du den Jungen aufhärtern gekannt hast man ja aber ich stehe jetzt gut ja ich glaube ich bin weiter weg als Christian und du deswegen ja jetzt nicht auf jeden Fall oh Gott warum ich fahre nicht nein nicht wieder zurück nicht wieder zurück nicht wieder alter jetzt roll ich wieder die ganze Straße runter auf dem Kopf ja bei mir bist du aber quer achso du bist aber im Kopf der scheiße ich habe keine Ahnung wo ich bin ich glaube ich bin bei der 11 oder sowas okay perfekt bin immer noch am weitesten weg x jetzt fahr da hoch du fick Ding wir kommen jetzt zu dir Christian ja das ist ein Witz wo ist er denn alter ich roll wieder den Berg runter ne ich war doch oben ich war doch oben bleib da hängen bleib da hängen in nem Busch sag mal nein der Busch fickt mich guck mir so ganz langsam immer weiter der Busch fickt mich komplett ey Jay bist du nicht gerade genau da gestartet ich bin doch schlechter jetzt war doch mit mir die Straße tu ich nicht okay zwölf hab jetzt meinen eigenen Weg gefunden okay das ist gut ich hasse diesen Berg so sehr ne geil dann mach ich dann glaube ich bin weiter weg jetzt Christian mach ist mir scheißegal ich hab's so abgeschenkt mach mal zack zack wieviel Windräder werde ich gleich hängen bleiben mhm einfach weiterrollen ich noch springen ja eigentlich doch und springen wir noch sehr gut sehr zufrieden okay ich hab mich jetzt drei Stunden ausgerichtet mit weh das funktioniert jetzt nicht weil ich vorhabe das wird nicht funktionieren weil ich vorhabe das sieht nicht so richtig aus man rollt weg in die richtige Richtung des Berges jetzt ja ich fall den richtigen Berg runter ich darf auch nochmal springen äh will ich aber nicht dann that's me okay das ist okay ja man ich kann's echt nicht machen wir das wir machen erst E und dann X oder das kann ich nicht sagen oder ne besser ich mach besser ich mach einfach hier und Hiete nach oben okay müsste ich halt sofort sehen naja pass auf jetzt kommt ein Superschlag 13 der Busch ist nicht durchsichtig ich dachte gerade ich darf noch E drücken ich darf noch E drücken ach so scheiße ja 14 wieso ist der auch nicht durchsichtig man das sind doch ganz normale Büsche nur die sind alle hier durchsichtig warum die nicht 15 so nur die beiden nicht so jetzt habe ich diesen Busch passiert aber jetzt mache ich den 16 Schlag na gut abliegt abliegt das ist alles so down bad alles ja mega da mache ich ja ja die 7 go darüber und jetzt schön mit Schmack ist über die Autobahn drüber komm schon komm schon komm schon ja 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 ne aber ist ok denke darf ich wieder ne oder Chris ja ich mach auch mal warte mal mach auch mal kann jetzt ein bisschen in die Hose gehen je nachdem wie wir starten also E X oh sieht gut aus ja ok denke ich bin über die Bahn das ist in Ordnung geil Schlagnummer X wir finden das jetzt lebendig sehe ich gar nichts mehr hier äh 15 Alter wieder einen Busch ich hab doch extra nicht da drauf gezielt und der trifft den trotzdem man so was ist das 17 18 ja ich war nur ich bin nur gesprungen um da wegzukommen und das andere X kann ich nicht machen geil ist das schlecht bin glaube ich immer noch am weitesten weg 20 jawohl da kommt der Yeet der bleibt natürlich direkt hängen direkt gut da konnte ich auch nichts dagegen machen mehr ach der Busch ist wieder nicht durchsichtig ne ja ja deine Mutter guck mal jetzt ist der Beckmann auf meiner Seite ah oder auch nicht dann springe ich und schieße ja 8 go ja das war klar dass das passieren wird ok und dann gehe ich direkt zu 9 und ich auch keine schlicht und ich keine schnelle ja so kommt die 9 und ab dafür hoch und flieg 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 jawohl er ist aber hoch ist ok jawohl bist du hängen geblieben in dem Windrad ja ich bin dagegen gekommen aber das ist ok weiter weiter roll 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 weiter 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 komm schon jawohl ne aber sind wir noch gesprungen an den Baum vorbei ok bin ich zufrieden nicht schlimmer sein können ich habe jetzt echt lange geguckt wo ich hier hin soll aber ganz ehrlich ich weiß nicht in welche Richtung ich fürchte also ich bin fast nur überlegen so zu machen weil da sind diese Rohre und da ist so ein Umspannwerk oder was auch immer das ist und springen kann ich nicht wegen den wegen den Windrädern also ich bin fast überlegen so zu gehen und dann gucken wir mal was passiert das dürfte auch eigentlich mit jeden reichen oh no das war das war das war ein Zaun ja das war das Umspannwerk was noch hier auf der anderen Seite steht ok schlag nochmal 35 kann ich mal springen weil ich auf dem Kopf liegen geblieben bin so ne kacke 20 wenn ich richtig gezählt hab oh ich glaube ich bin bei 35 oh alter alter oh mein Gott oh mein Gott oh das war ja mein das war der geskilltestste Schlag ever das war tatsächlich ziemlich gut nice bist du oder ich das will ich mach mal du machst mal springen und jeaten ja ja da ist kein Wasser ich glaube es ist gut ist gut dann kommen wir ich das sehen ups so wir jeaten jetzt einfach darunter wenn man ja gar nicht und go schon über die Bahnschiene drüber jetzt nicht so dumm hängenbleiben perfekt ja ja so wird bestimmt klappen da fliegt da vorbei weg da aus dem Busch sehr gut ich okay so und dann E hab ich nicht E drücken ah doch geil sowohl der sieht gut aus nein 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 du bist bei mir genau in die Küche geflogen ja du rollst ja ja nein steh das Wasser kommt nein du bleibst ja jetzt sag nicht dich hat ein Busch aufgehalten ne natürlich nicht Busch ist scheiße heute zu mir wenn ich jetzt sage ich werde doch so oder nicht Christian ich glaube ich muss erst springen oder ja war ein bisschen weiter links das war okay jetzt nur nicht da komplett da runterfahren nein 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 bleib stehen bleib stehen ich stehe da nicht was macht denn der da der rollt da mit 3 kmh jetzt den Berg runter oder was bleib mal stehen hallo okay ich kriege mehr Geschwindigkeit ja stehen geblieben easy okay da bin ich dann ja äh ja der baum hätte schlimmer sein können tatsächlich und das bei mir einfach irgendwo stehen ist mir egal wo stopp 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 hier ist es gut jetzt wenn ich auch noch stehen bleibt auf der schräge alter ist das ein lack nein ich sag da nichts mehr zu tja ich weiß nicht wo ich hin soll ich bin jetzt so safe über das loch rüber yeeten ja ich muss erst mal hier sind ganz viele bäume das ist so das problem da komme ich nicht drüber ich glaube ich muss zur seite weg ja so gar hin ja hoffen wir mal 3 2 1 hopp 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 oh das war ein lucky bounce siehst du aus ob ihr jetzt zusammen da seid ne christian ist super hoch gewesen aus meiner Perspektive ach so oh lol okay ich rolle auch noch es ist bei mir und da ist ein baum dankeschön okay da bin ich dran ja ja gut oh bram chippt jetzt ins ziel was sonst wenn man so so jetzt hopp und das ist schlecht das ist aber kein chip mehr ins ziel das ist ein strafschlag wo soll ich mich jetzt hinstellen irgendwo da am rand würde ich sagen unten einfach hier an den strand rücke ja das dann ok ok ich muss eigentlich nicht springen ich muss nur gas geben oder also ja da habe ich angst vor ja gar kein problem aber ich verstehe das nix ja so ist okay was ist denn jetzt hier von der zielheit die das wasser halt da muss ich rein okay weil ich kann immer springen dann springen dann macht wasser berührst du gewonnen der rolldruckwärts oder ich bin im wasser kann immer sagen 13 schläge ja treue mich von ha ich mach mal ich versuche mal hier ganz komischen weg zu gehen damit ich nicht ins wasser knalle oh mein gott die sind immer in bäume das ist aber ein geiler sprung ich wusste nicht dass die immer in bäume sind das ist einfach komplett durch mein wie so e.t. auf dem fahrrad ist der gerade bei mir ja roll 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 oh mein gott wow ok also ich oder du ne ich bin weiter weg denk ich ok oh oh ok ja komm jetzt einfach einmal jeeten und das ist gut aber jetzt nach unten jetzt ne er rollt einfach warum ja komm ich finish kurz bram dann darfst du fertig machen hier so zack wiii jawoll da ist er drin alter ist das alles schlecht ok ich hab 23 gezählt ja danke wir zählen ich hab dann eigentlich gedacht ich lot's hier nicht mehr wiii oh oh das war drüber aber der rollt noch ah der ist drin alles sehr gut wird zählen boool da war dann alles pain ey wieso kommt denn jetzt hier so ein da kommt ein motorboot achso das ist jay was ist das jay ich bin das hier war ein sprudel ich wollte gucken was das ist ist auch ok ich bin glaube ich auch noch nie in dieser hülle hier gewesen hä ja war mega mann ich glaub bram hat die wenigsten schläge gebraucht ich glaub ich hab die meisten schläge gebraucht ja ich glaub auch ja ich glaub auch ich glaub ich hab die meisten schläge gebraucht jay jay ich hab pro runde 24 schläge oder sowas gehabt alter ey ja dann bedankst du zuschauen es war so schlecht es war ja tschüss 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 tschau